Der zweite Brief des Paulus an die Thessalonicher Kapitel 1 Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher, in Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch, und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe eines jeden Einzelnen von euch zunehmend allen gegenüber, so dass wir selbst uns im Hinblick auf euch rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eurer Standhaftigkeit und Glaubenstreue, in allen euren Verfolgungen und Drangsalen, die ihr zu ertragen habt. Sie sind ein Beweis des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr gewürdigt werdet des Königreiches Gottes, für das ihr auch leidet, wie es dann gerecht ist vor Gott. Denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten, euch aber, die ihr bedrückt werdet, mit Erquickung, samt uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, samt den Engeln seiner Kraft. Wenn er mit Feuerflammen die Rache erzeigen wird an denen, die Gott nicht anerkennen und die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind, welche Strafe erleiden werden, ewiges Verderben, von dem Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft, wenn er kommen wird, um an jenem Tag verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die gläubig geworden sind. Denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Zu diesem Zweck beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft erfülle, auf das der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde, und ihr in ihm nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell aus der Fassung bringen oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch durch eine Rede noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Niemand soll euch in irgendeiner Weise irreführen, da zuerst der Abfall kommt und der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens geoffenbart wird, der sich widersetzt, der sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so daß er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst als Gott erklärt. Denkt ihr nicht mehr daran, daß ich euch solches sagte, als ich noch bei euch war? Und nun wisst ihr ja, was noch aufhält, daß er offenbart werde zu seiner Zeitfrist. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muß der, welcher jetzt aufhält, erst aus der Mitte geschafft werden. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, welchen der Herr durch den Geist seines Mundes erledigen wird und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft vernichten wird. Ihn, dessen Auftreten nach der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller Kräfte, Zeichen und Wunder der Lüge und mit aller Verführung der Ungerechtigkeit, unter denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrtums senden, daß sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit gehabt haben. Wir aber sind Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, daß Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat, in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. So steht denn nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Er selbst aber unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt und einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung durch Gnade gegeben hat, tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Kapitel 3 Im Übrigen betet für uns, ihr Brüder, daß das Wort des Herrn laufen und verherrlicht werden möge, wie bei euch, und daß wir vor den verkehrten und bösen Menschen geborgen werden, denn nicht alle haben den Glauben. Aber der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Wir trauen euch aber zu im Herrn, daß ihr tut und auch tun werdet, was wir euch gebieten. Der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und zu der ausharrenden Geduld Christi. Wir gebieten euch aber, ihr Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, daß ihr euch von jedem Bruder zurückzieht, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die ihr von uns empfangen habt. Denn ihr wisst selbst, wie ihr uns nachahmen müsst. Denn wir lebten nicht unordentlich unter euch. Wir haben auch nicht kostenlos bei jemandem Brot gegessen, sondern mit Mühe und Anstrengung Tag und Nacht gearbeitet, um niemandem von euch zur Last zu fallen. Nicht, daß wir keine Vollmacht dazu hätten, sondern um euch an uns ein Vorbild zu geben, damit ihr uns nachahmen möchtet. Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies. Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Wir hören nämlich, daß etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen gebieten wir und ermahnen sie durch unseren Herrn Jesus Christus, daß sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Ideales zu tun. Wenn aber jemand unserem brieflichen Wort nicht gehorcht, den kennzeichnet und habt keinen Umgang mit ihm, damit er sich schämen muss. Doch haltet ihn nicht für einen Feind, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden alle Zeit und auf alle Weise. Der Herr sei mit euch allen. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand, dies ist das Zeichen in jedem Brief, so schreibe ich. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.